Keine Angst, kein Druck mehr bei Schulden. Nehmen Sie den Schulden Ihre Macht. Nutzen Sie lieber die Macht des Schuldners. Auch ich habe mich einst von meinem immens hohen Schuldenberg schier erdrückt gefühlt. Inzwischen habe ich ihn abgebaut. Aus heutiger Sicht betrachtet, habe ich mich als Schuldner dabei nur ganz zu Anfang von meinen Gläubigern unter Druck setzen lassen. In dieser dunklen Zeit habe ich die Nächte in der Tat aus purer Existenzangst durchgeschwitzt und sehr unruhig geschlafen. Kennen Sie das? Nun, irgendwann rüttelte mich die Erkenntnis durch, deine Gläubiger haben ja gar nicht so viel Macht über dich, wie du immer dachtest. Ab da war ich es, der das Heft beherzt in die Hand genommen hat. Ich, der Schuldner, drehte den Spieß um und bestimmte, wie und wann ich meinen Schulden abwickelte. Ich habe meine Gläubiger sogar regelrecht ans Händchen genommen und ihnen erklärt, über welchen Weg und mit welchem Vergleichsbetrag wir die Schulden gefälligst aus der Welt zu schaffen hätten. Und für mich gab es nur einen Weg. Tragbare monatliche Raten. Heute freue ich mich darüber, dass ich vielen anderen Leidensgenossen beim Abbau ihrer Schulden bestens helfen konnte. Ich habe ihnen einfach meinen Weg empfohlen. Dazu mussten sie nur die Methoden und Techniken für die Schuldenbereinigung aus meinem Buch »Die Macht des Schuldners« umsetzen. Punkt für Punkt. So haben sie sich ihre Lebensqualität zurückgeholt. Das schaffen auch sie. Sie, nehmen sie ihre Gläubiger einfach an die Hand. Legen sie ihnen nahe, über welches Fahrwasser sie die Schulden zu regeln gedenken. Denn sie, liebe Zuschauer, sind doch derjenige, der am besten über seine finanziellen Verhältnisse Bescheid wissen sollte. Und das muss ihrem Gläubiger nur klar und plausibel gemacht werden. Lesen sie, wie ich das gemacht habe. Und wie viele meiner Leser. Und sogar sie, wenn sie wollen. Denn zu diesem Zweck habe ich meinen speziellen Schuldner-Ratgeber »Die Macht des Schuldners« für Sie geschrieben. Machen Sie es mir einfach nach. Weitere kostenlose Informationen finden Sie auf der Erfolgs-Online.de Machen Sie es gut. Bleiben Sie stark. Bis bald. Ihr Wolfgang Grademacher Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.